Mein Arbeitgeber ist CONFIDA, Steuerberatungskanzlei. Unternehmensberatung ist dabei, also es wird ihnen alle Spaten beraten und den Klienten die besten Infos gegeben. Die CONFIDA ist ein dynamisches, junges Unternehmen mit einem starken Wachstumskurs und wir versuchen unsere Kunden bestmöglich zu beraten. Mir macht am meisten Spaß die Vielfältigkeit von der Arbeit. Es gibt verschiedene Klienten, es ist immer etwas Interessantes dabei, das Team ist super. Wenn ich an die CONFIDA denke, denke ich an einen sehr modernen und flexiblen Arbeitgeber, sehr familiäres Umfeld, aber wir haben eine super Mischung aus Ernsthaftigkeit, Professionalität und Spaß an der Arbeit. Abonnieren 7ions 15 15 21 21 25 27